»Und wäre ich ein Mörder, wenn ich jetzt...« Da schaukelt Ahabs Hängematte drinnen in der Höhle. Sein Kopf liegt hier, auf dieser Seite. Ein Griff nur, und wir dürften leben. Oh, Murray! Und weckt dich jetzt nicht der Tod? Wer weiß, in welcher Tiefe in einer Woche dein Leib versinkt, deiner, meiner, aller andern. Wo bist du, allmächtiger Gott? Soll ich? Soll ich? Geh du hinunter, Stopp. Er schleift mir zu fest. Geh du hinunter, weg ihn und mach Meldung. Weiß der, was du zu sagen hast. Geh du hinunter. Danke. Vielen Dank.